Hallo und Herzen, willkommen zurück zu einer neuen Runde. Meta braucht keiner. Und zwar spielen wir Diana Jungle. Aber auf AD. Versuchen wir mal. Habe ich, glaube ich, noch nirgends gesehen? Habe ich noch nirgends gemacht? Keine Ahnung, ob das gut geht. Ich kriege bestimmt auf den Sack. Loll, der Cooldown von beiden Fähigkeiten ist gleich. Interessant. So. Leute. Ich krieg bestimmt echt ins Gesicht. Oh, Loll. Das war ja cool. Baut die sich da erstmal so n Thron. Kann man machen. Muss man nicht, kann man aber. So. Hört man jetzt was vom Spiel? Ich hoffe, jetzt hört man noch was vom Spiel. Ah, jetzt müsste es besser sein. Ja. Ähm, ja. Okay. Die Gäner sind auch ein bisschen komisch. Können aber nicht, was die machen. Fuck you, Alter. Jetzt bin ich nicht Level 2 wegen dem Hissnacken. Oh, lol. Oh, fuck. Alter. Alter. WTF? Okay. Okay Ist natürlich semi geil Keinen Bluebuff zu haben Äh Redbuff meine ich Aber gut Das war ja auch ein sehr seltsamer Invade Werden wir uns gestorben Achso Zyra Na gut aber dann hat es sich ja noch gelohnt Ja Mh Und die machen da oben krasser Action Was will ich denn Ich will das Natürlich will ich das So Und ich will meinen Ohrstecker Wo ist ja Ich möchte Mein Monitor Ich möchte mich selber hören Weil dieses Headset hat halt so krassen noise cancel Dass ich mich nur so extrem dumm führe Und das ist komisch Das ist das Das ist das Super Also ich meine klar schon aber Ich glaube so ein bisschen Attack Speed Oder so Hm Muss ich da anverwürfen LOL Das ist toll Sie steht einfach doch Krieg den Stein ins Gesicht Weg Ich würde ja gern eigentlich Level 6 sein und dann kann ich wohl denken Oh man kann ich alles haben Ach komm Dann hast du wohl ein Problem Dann hast du wohl ein Problem Ja, die hauen sich da gegenseitig die Kippe ein. Kager support. Das war close. Das war close. Ich werde gehört werden. Der Moon ist großartig. Wo ist der? Wo ist der Ward? Hier ist der Ward bestimmt. Hier ist er nicht? Der Fug? Ich spreche nur Trink. Oh nein. Ich muss mir jetzt erstmal eine Raid Bar holen. Die haben ja den Timer da drauf. Embrace die Nacht. So. Mit der Nacht war jetzt glaube ich nicht so sinnvoll. Aber darüber kann man nicht mehr streiten. Muss man aber nicht. Den machst du gleich auch noch weg. Den gibt es als Angebot dazu. LOL. Oh ja. Ein K statt Sonderangebot. Oh, dann dreht du ein bisschen laut. Ich nehme es auf meinen Ohren. So. Oh Gott, einfach daneben. Keiner gesehen. ich stirb da endlich dankeschön so dann mache ich noch die crux und dann gehe ich weg kann ich mir nicht einen brutalizer holen und dann geht es richtig ab dann geht es nicht so und 6 damit geht es noch mehr so bescheid so ich möchte das hier einmal zu mitnehmen dankeschön so das problem ist halt dass ich unbedingt mal ein blubuff brauche aber eigentlich auch aber die hat einen nur dann ist doch gut die kriegt einmal den von den gegnern so easy na was macht der wartet er also er hat gewartet für irgendwas für ein pot oder der todesnahrer könnte ihn jetzt noch retten na du schade so oriana macht das ich gehört rengo 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 ...easy 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 okay er will nicht mehr hätte jetzt auch eng werden können mal sehen wann jemand mitkriegt das ich auf hd spiele mal sehen aber gut die Rihanna macht es halt auch gerade easy, ne? Es ist irgendwie immer so, in Meta braucht keiner. Entweder ich erwische so ein Team, wie vorhin, wo etwas übel getrollt wird, oder die machen das einfach easy. K. Oh, 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 oh. Die Hände, die Hände! Ich kann nicht zurückkehren. Ich hätte sie ein bisschen gewartet. Wäre das auch easy gewesen. Okay, da brauche ich noch ein bisschen mehr. Da brauche ich noch ein bisschen mehr. Ein bisschen viel mehr. Schaffe ich die? Ja. Oh, ich habe richtig, richtig fett Cash, alter. Damit habe ich nicht gerechnet. Dann holen wir uns mal das. Und die. Ja, komm. Oder nee. Warte mal. Den will ich jetzt auch nicht. Und dann so. Alter. Da ist er jetzt hier XXL shoppen. Drake ist ab. Drake ist ab. Ich mache das mal Red Barrow. Ich hoffe, dass die dabei nicht sterben unten. Stop. So. Gehen wir überall hin. Seh da. Ihr habt zwar nichts gesehen. Ihr habt zwar einfach nichts gesehen. Weil ich irgendwie neben dem Bus stand und die anderen im Bus waren. Aber das ist ja nicht so wichtig. Und sich auf das Wesentliche fokussieren. Nein. Nein. Einfach nein. Oh. Hi Gras. Läu. Scheiße, der Slow tötet mich. Einfach in dem Ding rumgelaufen, ey. Alter. Ich hätte ja durch das Fass flashen müssen. Und dann bin ich auch weggekommen. Ach, Leute. Okay. Sie hört sich Lunes. Ach so. Sie ist ja so fett. Sie hat ja schon. Sie hat ja schon. Sie starb sehr Sengels. Und Lunes. Gut. Kann man machen. Muss man auch. Nicht. Ich brauche unbedingt. Ich brauche unbedingt. Ach komm. Ich brauche unbedingt eine Finger des Fußschutzkönigs. Ich brauche unbedingt eine Finger des Fußschutzkönigs. Ach so. Das. Das so. Das ist wirklich zu einfach. Ich sollte hier nicht so, äh, Hartz-Blick pushen. Hallo? Gut. Sie ist grad nicht da. Jetzt wollte ich mich so schön neben sie stellen und tanzen. Hm. Naja. Ah, gut. Die hat den Gienerischen Bluhr. Sehr schön. Kann ich mir jetzt mal einen holen. Alter, ich hab sieben Assists. Wann haben wir nur Support-Jungler. Oh, ist doch okay. Oh, okay. Weg. Ich brauch Cash. Was bin ich zur Seite? Oh, ich krieg mir schon jetzt wieder. Mach ich auch gleich. Und so stand's gerade auch in dem anderen Spiel, was ich versuchte, aber aufzunehmen. Oder halt andersrum. Vielleicht wird das schon jetzt noch schlechter für uns. So, Trinity, ich komme. Wieso hab ich denn eigentlich trotzdem AP? Achso, vom Schienen, ne? Ja. Easy. So, ich will die. I cannot turn back. I will die. Das funktioniert doch, glaub ich, nur so halbwegs mit Diana hat der jeweilten Jungle. Also, weil ihr habt's ja gesehen. So richtig schaden an Champions meint ich nicht wirklich. Das kann mich nicht verbrechen. Ja, Toplane könnte es vielleicht auch für so. Wobei ich, weiß ich nicht. Jungle funktioniert halt nicht schlecht. Lol. Von, wie geht's? Jetzt komme ich halt super easy durch. Jetzt komme ich easy durch die Camps. Herkenne ich nicht. Na, ich kniff. Okay, okay, okay. GG. GG Ach, verpisst euch doch alle Ihr schneller habt ihr KOMM Triple K Ach komm, da wär der Quadra gewesen Unstoppable Was ist denn auch doof? Nein! Nein! Nooo! Nooo! Seid bestimmt noch nie jemand so über den Sieg geärgert Alter, was ist los mit dem Greenscreen? Ist der besoffen? Ich weiß nicht, aber naja Es wird nach dem Umzug besser Ja, Leute Ja, das war eine weitere Folge, da braucht keiner Wieso? Wieso? Wieso kriege ich nicht so ein Mittelmaß, wo man sich auch anstrengen muss Und dann, wo es ein bisschen eine Weile geht Ja, wo man den Build auch irgendwie mal zu Ende spielen kann Ich hatte jetzt nur Trinity und das Brutalizer Warrior Verzauberungsding Ich will doch eigentlich mal So, wisst ihr? Reinhauen Ich hätte mir jetzt noch Kring des gestürzten Königs geholt Eine Hydra hätte ich mir noch geholt Und Vielleicht ein Zephyr oder so Mal sehen, weiß ich nicht Und dann so richtig rein, ja So richtig zerstören Aber jetzt konnte man das ja noch gar nicht so richtig mitkriegen Na, was soll's Hat auf jeden Fall Dank auch meinem Team, ja Durch den Jungle kommt man ganz gut Sonst hat's gut geklappt Ich danke euch fürs Zuschauen Ich hoffe das Ganze hat euch gefallen Falls es so ist Zeug und so Daumen, Zähne, Knie, Kopf, Behaarung, was? Nein Ja Wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder Und bis dahin